In einem Ausdauerrennen musst du zeigen, dass du der Fahrer mit dem größten Durchhaltevermögen bist. Du gewinnst, wenn du ein sauberes Rennen fährst und dich aus allem raushältst. Wir haben keine Ahnung, wie das Rennen laufen wird. Du musst in jedem Sektor starke Zeiten fahren, um in diesem Promo-Event vorne zu landen. DER DÖRÖSELF DER DÖRÖSELF DER DÖRÖSELF Untertitelung des ZDF, 2020 Vier Minuten noch. Vier Minuten noch. Noch drei Minuten. Vier Minuten noch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020